herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch das dein helfer in der note bundle von ostfront alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem bundel inhalt sowie natürlich auch die links zum album und zum bundle findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung dein helfer in der note von ostfront das ganze am 31 juli erschienen wir haben hier mal wieder ein bundle aus dem bereich rock jawohl es ist das fünfte album von ostfront die box zu diesem album dein helfer in der not die habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es an der zeit für das bundle ja wir haben hier ein bundle bestehend aus zwei teilen und so haben wir zum einen hier einmal ein shirt und zum zweiten haben wir hier das album in der vinyl edition so als erstes werden wir mal das ganze aus der folie holen einmal das shirt das kommt hier in einer ganz schlichtern folie in seinem plastikbeutel und hier haben wir dann noch die produktbeschreibung inklusive barcode und zwar lesen wir hier out of line das ist das label ostfront dein helfer in der not t shirt größe m ja es gab das ganze größtentechnisch auswählbar ich habe mich wie immer für m entschieden und dann haben wir natürlich auch noch die vinyl mit der wird gleich starten werden und die kommt natürlich ebenfalls in folie werden wir mal hier aufschneiden so wir haben hier ein geld voll zum aufklappen bedeutet wir können hier wunderbar in der mitte so durchziehen und dann schauen wir uns das mal an so also das ist das cover wir haben hier oben und unten so einen schwarzen streifen im oberen lesen wir den namen der band ostfront und darunter haben wir den album titel dein helfer in der not ansonsten haben wir hier eine szene sieht so ein bisschen aus nach einem lokal nach einem nach einer kneipe und hier sitzen sechs personen hier im eck versammelt und zwar ist es die gesamte band ostfront also hermann ostfront auto schmalzmann siegfried helm wilhelm rotlauf fritz knacker und eva edelweiß alle haben sich hier eingefunden in dieser schönen runde auf der seite lesen wir ostfront ein helfer in der not das label out of line und hier haben wir dann auch noch eine katalog nummer und auf der rückseite sieht das ganze so aus also wir haben wie gesagt eine doppel vinyl bedeutet zwei vinyls eine mit a und b und eine mit c und d seite insgesamt haben wir hier auf dem album 16 tracks wir sehen es hier fünf auf der a seite vier auf der b seite und dann hier vier auf der c seite und drei auf der d seite darunter die gesamten credits also hier sind alle menschen alle namen vermerkt die hier mitgewirkt haben dann die facebook beziehungsweise die social media auftritte und die website darunter das label logo und natürlich auch noch die informationen zum label so barcode ok dann würde ich sagen schauen wir mal rein jawohl so sieht das hier von innen aus und zwar haben wir hier in dem gesamten gatefold die lyrics abgedruckt also sowohl auf der linken als auch hier auf der rechten seite alles voll mit lyrics hier kann man jeden einzelnen song wort für wort nachlesen also das ist echt eine menge text alles hier in blogbuchstaben sind großbuchstaben verfasst jeder einzelne song auf der rechten seite gibt es noch die zwei letzten viel spaß beim sterben und roter bau der allerletzte song und zwar der anfang der ist hier nicht mit dabei warum das ist ein instrumental also da haben wir ein instrumental track und da ist natürlich dann auch keine kein abdruck keine lyrics mit dabei okay dann würde ich sagen schauen wir mal ins innenleben als erstes hier auf der linken seite und natürlich auch auf der rechten seite und dann schauen wir mal ob wir hier noch was haben denn genau wie zu erwarten haben wir noch was so also dann starten wir mal mit den beiden vinyls und zwar haben wir hier die vinyls in weißem papier hüllen also ganz klassisch hier die verpackung aber die vinyls an sich die sind nicht klassisch wie man sie meistens so hat in schwarz sondern die hat man hier passend zum artwerk wunderbar hier in gold eingefärbt also das ist in diesem fall hier lesen wir es lp 1 mit den tracks das in diesem fall die b seite und auf der rückseite dann die a seite also wunderbar hier alles in gold schwarz und weiß die tracks hier in der mitte noch mal aufgelistet das ist wenn du meinst wie gesagt neun tracks hier auf der ersten und auf der zweiten haben wir dann die restlichen sieben tracks womit wir dann auf insgesamt 16 kommen so das ist dann nummer zwei die zweite vinyl das ist die c seite mit vier tracks und zum abschluss dann die d seite mit drei tracks ja das alles hier auf dieser goldenen doppel vinyl und darüber hinaus haben wir dann auch noch ein kleines zettelchen hier mit dabei und zwar wir schauen uns das mal kurz an genau wir haben hier einen download code und zwar kann man hier mit diesem code das album digital runterladen hier auf dieser website code eingeben und dann den download starten das ist immer schön gerade bei vinyls dass man da entweder eine cd oder wie in diesem fall einen download code beilegt und als letzten inhalt dieses bundles haben wieder ein shirt mit dabei das shirt natürlich auch wieder im stil des artworks hier in schwarz und gold und in der mitte haben wir das foto dass wir auch auf dem cover hatten allerdings etwas abgewandelt also das foto ist ja nicht in farbe sondern nur in schwarz und weiß und dann haben wir so drei elemente die hier so rot eingefärbt wurden und zwar ist das genau an den stellen wo hier blut ist also hier dann hier am kopf und hier natürlich die klaffen der halswunde von hermann ostfront die drei elemente hat man hier rot gemacht ansonsten hier in schwarz und weiß und die schrift eben in gold auf der rückseite ist das ganze komplett in schwarz also kein neckprint oder ähnliches und wir haben es bei diesem shirt zu tun mit einem gilden heavy cotton in der größe m und das ganze ist 100% baumwolle wie gesagt größe war frei wählbar ich habe mich für m entschieden und wir haben es hier zu tun mit einem produkt made in haiti grüße gehen raus wir werden das shirt wieder zusammenfalten und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in diesem bundle befindet einmal das eben gezeigte shirt in der größe m dann haben wir die download karte den download code für das album in digitaler form und natürlich die doppel vinyl hier die hier im gatefold kommt mit den beiden vinyls hier in den weißen papphüllen die eingefärbten gold vinyls mit insgesamt 16 tracks jawohl das alles in diesem wunderbaren bundle dein helfer in der not von ostfront mich wieder natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise dem bundle schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr ostfront unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf